Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 187, heute mit der Review zu WWE Extreme Rules 2018. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist wie angekündigt der gute Kai. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja Kai, du hast dir die Nacht um die Ohren geschlagen und hast dir Extreme Rules angeschaut mit einem Kumpel zusammen, oder? Genau und wir haben da ja schon ein bisschen drüber geschrieben oder auch man, das ist ja immer die Sache, wenn man dann irgendwie fertig ist und dann aufgewacht ist am nächsten Morgen. Ich finde man checkt erstmal so ab, okay was sagen die Freunde, also so zum Beispiel dann schreiben wir so in die Gruppe oder sowas. Klar haben es natürlich nicht alle gesehen, ich meine ich habe es jetzt live geguckt, du hast es direkt heute Morgen geschaut. Da waren wir schon sehr früh, aber dann checkst du ja auch mal so ein bisschen Internetreaktion. Da bist du so, wie ist denn so die Stimmung und irgendwie sehr gemischt fand ich erstmal und ich muss wirklich sagen, dadurch, dass ich jetzt mit einem Kollegen zusammen geguckt habe, habe ich das Pay-Per-View auf jeden Fall spaßiger wahrgenommen, als jetzt vielleicht du, der sagt, oh ich stehe jetzt irgendwie um sieben Uhr morgens auf und gucke mir jetzt alleine Extreme Rules an. Ja, ich musste ja, meine Freundin musste ja immer relativ früh raus und heute auch, da klingelte dann um Viertel nach sechs der Wecker, das heißt sie ist dann zur Arbeit gefahren und ich habe mich dann für den Fernsehgesetz und Extreme Rules eingeschaltet. Ja, so ist das dann halt. Und klar, natürlich, weil dann so Gruppendynamik dabei ist, ist es immer ein bisschen unterhaltsamer. Und Alkohol ist, glaube ich, ein großer Faktor gewesen bei diesem Pay-Per-View. Der hat auch vieles erträglicher gemacht. Ja, und selbst wenn ich freier Redakteur bin, so Alkohol um sieben Uhr morgens ist dann doch schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Ist kritisch. Ich habe mich da schon zurückgehalten. Bevor wir hier mit der Review loslegen, was sagst du eigentlich dazu, dass Hulk Hogan wieder in die Hall of Fame aufgenommen worden ist? Ich weiß gar nicht, wie das war. Das hatte ich gelesen, genau, das hat der Kevin geschrieben, der Freund von Tobi, hat irgendwie geschrieben so, Ratings größer Rassismus oder so. Das fand ich dann schon sehr witzig, aber ja, also das ist immer ganz komisch, wie die WWE so Sachen verpackt, weißt du. Also von jetzt auf gleich erst wird dann gesagt, ja, Hulk Hogan, voll cool. Und dann ist halt dieser Rassismus-Kram, das wird dann totgeschwiegen, bis zum geht nicht mehr so, nee, Hulk Hogan, du sagst mir gerade ehrlich gesagt gar nichts. Nee, weiß ich nicht, wer das ist. Habe ich nie gehört. Und jetzt auf einmal kommt es wieder von heute auf morgen, ey, Hulk Hogan, ja, großer Star, guck mal, der ist Backstage, voll cool. Und da schwingt schon immer eine sehr, sehr große Doppelmoral mit, finde ich. Ja, das ist es halt wirklich, ne. Also, er hat ja wohl dann auch on tape quasi noch hier seine Schande eingestanden, mehr oder weniger, hat sich nochmal entschuldigt. Ich glaube, das wird auch nochmal in einem V24-Beitrag zu ihm laufen, in irgendeiner Form, habe ich jetzt heute gelesen. Immer gespannt. Ich habe von vornherein gesagt, dass man ihn irgendwann wieder zurückholen würde, weil Hulk Hogan nun mal ein großer Name ist. Ist es halt Hulk Hogan, ne? Eben. Kannst du sagen, was du willst. Und so blöd das jetzt klingt, ja, das war schlimm, was er damals gemacht hat, aber das ist eben noch etwas, wo gerade auch ein Unternehmen wie WWE dann auch nach einer gewissen Zeit einfach drüber hinweg blicken kann. Naja, ne, ich finde es, wie du schon gesagt hast, so einen faden Beigeschmack hat es eben trotzdem. Genau, aber die Sache ist eben wirklich, er kann jetzt ja nicht mehr machen, als sich entschuldigen. Und wenn er sich wirklich aufrechtlich entschuldigt, so dann kannst du einfach sagen, so nee, ich finde ihn trotzdem scheiße. Oder sagen, okay, also weil du hast nur diese beiden Möglichkeiten und wenn es ihm leid tut, okay, so be it, fertig und dann weiter geht's. Ja, so sieht's aus. Ja, ab wo weiter geht's, lass uns gerade mal hier das Housekeeping machen natürlich, ihr wisst, wie ihr uns da draußen erreichen könnt. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, da hört ihr uns ja hier vielleicht auch. Ansonsten gibt's uns inzwischen bei Spotify, ihr könnt es bewerten bei iTunes und bei Facebook. und unterstützt uns auch gerne, äh, reichlich und, äh, fleißig bei, äh, Steady und Patreon. Da gibt's dann auch exklusive Formate, ähm, wir nehmen jetzt übernächste Woche, nehmen wir jetzt auch endlich die Helden aus der zweiten Reihe aus mit dem Shaggy. Ähm, die, äh, zwei Folgen, ähm, die gehen dann jetzt bald an den Start. Ansonsten haben wir, ähm, das Match of the Week natürlich, was wir dann hier eben besprechen, Kai, Chris und ich. Und natürlich dann auch, ähm, die, äh, ja, unser Interview-Format Call-Up, da geht's auch demnächst in die nächste Runde, da mit, äh, Avalanche von WXW. Das sollte auch diese, naja, vielleicht ein bisschen Ende dieser Woche soll's dann irgendwie an den Start gehen. Aber auch da gibt's dann auf jeden Fall genug Zusatz-Content, 60 Podcasts, unterstützt uns da gerne. Und, äh, helft uns, dass Headlock noch ein bisschen größer wird. So, dann lass uns vielleicht mal hier, äh, einsteigen in den, äh, ja, Extreme Rules Review Podcasts. Und, äh, wie immer, vorne ist natürlich das Kick-Off-Show-Match, beziehungsweise zwei hatten wir ja hier gleich. Die Card wurde eröffnet mit Andrade Cian Almas gegen Sin Cara, also quasi ein Rückmatch von deren Kampf bei SmackDown. Ähm, ja, die beiden haben ja so eine, äh, latente Rivalität laufen, die ja auf diese Verletzung von Sin Cara da zurückgeführt worden ist, bla bla bla. Ähm, ich find, die beiden haben eine gute Chemie zusammen und das ist eigentlich ein Kampf gewesen, den hätt ich mir auch als Opening-Contest des Pay-Per-Views vorstellen können, oder? Boah, ich fand, der war schon gut da, wo er, wo er war, also, ich mein, wir wissen ja, dass ein Almas wrestlen kann und ein Sin Cara kann auch wrestlen, aber, sind wir mal ehrlich, auch ein 7-Minuten-Match und was wär natürlich ein Sin Cara-Match wieder ohne zwei Botches oder sowas, dann nimm mal einen Hurricane Runner nicht triffst und daneben springst. Äh, also, ist so, klar, natürlich ist geschenkt, aber die Fede hat mich jetzt auch null abgeholt. Ich mein, das war okay, ich fand diesen einen Spot auch sehr krass, wo dann ein Sin Cara ein Almas vom Top-Rope schubbt und der wirklich beherzt mit dem Rücken auf, auf den, äh, Apron springt. Das sah schon wirklich böse aus, ähm, aber jetzt auch wirklich nichts, wo ich sage, boah, krass, irgendwie groß. Und hat mich doch gewundert, dass ein Almas nicht, ähm, clean-clean gewinnt, sondern dass nochmal irgendwie eine Selina Vega, was natürlich auch zu einem Almas passt, eingreifen muss. Aber ich finde trotzdem, dass man auch ein Almas, ähm, ein Sin Cara besiegen lassen kann, ohne irgendwie nochmal Selina Vega eingreifen zu lassen. Ja, das stimmt. Ich fand ehrlich gesagt auch deren, äh, Smackdown-Aufeinandertreffen ein bisschen runder. Also, sie hat's dann schon hier und da ein bisschen geholpert. Ich fand's trotzdem ein unterhaltsames Match, das war jetzt nicht so schlecht, auf jeden Fall, das kann man sich anschauen, äh, aber ist jetzt auch wahrscheinlich nichts an, dass man sich, äh, längere Zeit irgendwie erinnern wird. Und du hast es schon richtig gesagt, das Eingreifen von Selina Vega, gerade auch gegen so einen vermeintlich kleinere Gegner wie ein Sin Cara, ob's das notwendig gewesen wäre. Hm. Aber es zeigt nochmal irgendwie diesen Almas-Charakter, ne? Genau. Dafür ist es ja auch notwendig, ähm, und die beiden sind ein tolles Duett, äh, wie es da so auftritt. Und ich finde, die beiden machen Spaß und ich hoffe auch, dass die da auch wirklich jetzt dann langsam so ein bisschen in der Kart hochkrabbeln. Also gerade auch, wir kommen ja gleich noch dazu, müssen wir mal schauen, wo denn, äh, Jeff Hardy abbleibt, ne, ob der, äh, jetzt auch wirklich vielleicht eine kleine Verletzungsauszeit nimmt, werden wir sehen. Vielleicht kann der, äh, Herr Almas dann irgendwie da so ins US-Title-Geschehen mit eingreifen, das finde ich eigentlich ganz nett. Zweiter Kampf des Abends war auch so ein Match, das man sich eigentlich gerade unter dem Motto Extreme Rules so in der Main Show hätte vorstellen können. Also Sanity gegen The New Day in einem Tables-Match. Und was mich erstmal geärgert hat, war, dass es eben kein Elimination-Style-Tables-Match gewesen ist, sondern quasi one table to a finish. Sprich, äh, wer einen Gegner des anderen Teams irgendwie durchs, ja, durch den Tisch befördert, dann ist der Kampf vorbei. Das war ein schönes, chaotisches Match. Sanity haben zum Glück den Sieg bekommen, das brauchten sie. Ich konnte damit leben, das war, äh, lustige Unterhaltung, aber ich hätte es geiler gefunden, wenn es Elimination-Style gewesen wäre. Ja, Elimination ist einfach am geilsten, also wirklich, ich liebe Elimination-Table-Matches. Hat mich auch ein bisschen gestört, dass es das nicht gab, aber ich war schon mal froh. Ich meine, es ist trotzdem, also wir kennen die Logik, was solche Matches angeht, und ich war schon mal froh, dass man nicht eintaggen musste. Also das hat mich dann schon mal gefreut, und das hat ja auch so ein bisschen zu Sanity gepasst, dieses Durcheinander, dieses Chaos. Und ich muss auch sagen, ich hätte wirklich gedacht, dass New Day gewinnt, so nach dem Motto, ach, es ist New Day, Sanity, ey, NXT-Call-Up, pff, kennt ja noch aus, das ist auf Pain. Ja, also deswegen, ich freue mich, dass Sanity gewonnen hat, ich fand das schön, hat jetzt irgendwie auch New Day nicht wehgetan, dass sie das verlieren. Kylian Dane konnte mal wieder zeigen, dass er einfach eine Maschine ist, also war rund. Und für acht Minuten Opener, also hier, acht Minuten Kick-Off-Show-Match, wirklich spaßig. Da hatten wir schon viele, viele, viele uninteressantere Kick-Off-Show-Matches. Ja, unterschreibe ich so. Und das war eigentlich genau das, was ich mir davon erwartet habe. Das war schönes Chaos. Ich finde, beide Teams sahen irgendwie gut aus. Man hat gemerkt, dass New Day zu kämpfen damit hat, Kylian Dane irgendwie in Schach zu halten. Dann auch einen Eric Young und einen Alexander Wolff hatten ihre Aktionen, genauso auch wie New Day, gerade auch dieser sehr krasse Tower-of-Doom-Verschnitt da mit dem Double-Stump von Kofi. Sehr, sehr cooler Spot irgendwie, auch wenn ich echt Angst gehabt habe, dass Kofi sich da alle Bänder in die Knöchel oder Knien reißt, als er aufgekommen ist. Aber naja, der kann das halt. Nö, unterhaltsames Ding, hat Spaß gemacht. Ich hoffe aber trotzdem, dass vielleicht die Fäder auch noch ein bisschen weitergeht, weil ich glaube, die beiden Teams können noch mehr, als sie hier in den sieben Minuten, 41, acht Minuten gezeigt haben. Das ist aber auch doch dafür prädestiniert, oder? Also dann hast du doch auch wirklich mal ein vernünftiges Drei-gegen-Drei-Gespann, was fehlen kann. Und nicht immer nur New Day gegen ein anderes Zweierteam. Also ich meine, bitte nutzt diese Chance und dann macht doch noch mehr solche Matches. Weil wir wissen alle, New Day kann in allen möglichen Stipulations abreißen. Und gerade für Sanity so als Aufbau ist das eigentlich perfekt. Also ich würde mich freuen, wenn da noch mehr kommt. Ja, unterschreibe ich komplett so. Dann lass uns mal hier in den Haupt-Pay-Per-View reinspringen, nachdem die Kick-Off-Show dann erledigt war. Aber es gab ja dann auch noch eine Ankündigung, fällt mir gerade so ein, bevor wir es vergessen, von Kurt Angle bezüglich des Universal Titles. Dass jetzt Brock Lesnar in Ultimatum gestellt wird. Also dass er jetzt quasi, ja, er muss sich jetzt einen Termin aussuchen, um es mal so zu sagen. Ansonsten wird er womöglich, ja, den Titel abgenommen bekommen von Kurt Angle. Weil, ich weiß nicht, ich finde es inzwischen echt ein bisschen anstrengend, diese Personalie Brock Lesnar. Also ich finde es auch nicht unterhaltsam, sondern ich denke mir langsam so, jetzt bringt das Ding eben zu Ende. Also wie war deine Reaktion auf diese Ankündigung? Ich fand es krass, was es für einen Pop gab, als er dann gesagt hat, als Kurt Angle gesagt hat, ja, wenn er es nicht macht, dann strippen wir den von, also dann wird der Titel vakantiert. Und die Halle rastet einfach so komplett aus. Das fand ich echt witzig. Und ja, also, weiß ich nicht. Dieses Brock Lesnar-Ding geht mir einfach auf den Sack. Ich hätte gerne, dass es vorbei wäre. Und eigentlich müsste es ja dann morgen, also weil ein Brock Lesnar wird ja da sein, weil er dann so einen Titel verlieren wird. Und eigentlich müsste es dann ja morgen Cash-In geben, oder? Schauen wir mal, ne? Also wir nehmen hier am Montag auf, ne? Also theoretisch dann heute Nacht irgendwann. Gucken wir mal, was da passiert, ne? Ich fände es, ich hätte nichts dagegen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da wieder irgendwie eine andere Geschichte, da kommt nur der Anwalt von Brock Lesnar raus oder sonst irgendwas. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Aber ein Cash-In würde ja auch aktuell gut passen. Ich fand auch, dass Braun mit dem kleinen Koffer ein bisschen albern aussah. Aber naja, mach's da nix. Lass uns mal hier zum eigentlichen Pay-Per-View kommen. Die Card wurde eröffnet mit dem Match um die Raw-Tag-Team-Champions, Championships zwischen den Champions, den Deleter of Worlds, Matt Hardy und Bray Wyatt auf der einen Seite und den Herausforderern, Curtis Axel und Bo Dallas auf der anderen Seite, dem B-Team. Und ich hab's schon im Vorschau-Podcast vorhergesagt. Ich hab mir gedacht, dass hier das B-Team gewinnt. Der Kampf an sich war okay. Also da war jetzt nix dabei, was mich wunderbar begeistert hätte. Ich fand, das war ein solide durchgeführtes Take-Team-Match. Das kann aber genauso gut dreimal in der Woche bei einer Haus-Show und einmal noch im TV laufen. Und ich hab halt gelesen, dass Bray Wyatt keine Bumps genommen hat wegen diesem Autounfall. Das kann sein, ja. Ja. Und das Witzige war, ich hab dann nämlich noch getippt, auch mit meiner Freundin, wir tippen dann immer, dann machen wir immer, der Verlierer muss dann das Essen bezahlen, weil wir holen irgendwie bestellen wir Pizza, wenn wir das dann gucken. Und dann sagen wir immer, okay, der Verlierer, der das wenigste richtig hat, der muss dann eben das Essen bezahlen. Und dann hat sie gesagt so, okay, ich tippe halt auf Deleter of Worlds, easy. Und dann hat sie auf B-Team getippt und ich so, yes, das ist schon mal safer Punkt für mich. Und da lag ich dann falsch. Und ich muss sagen, ja, das Match ist super unspektakulär. Und auch ein B-Team, ich mein, ich war ja dabei, als das B-Team geboren wurde in London, das war ganz witzig. Und die hatten ja schon irgendwie einen Hype. Der ist jetzt natürlich schon irgendwie verflacht und jetzt ist es nicht mehr so, dass man sagt, oh, cool oder sowas. Aber ich find's trotzdem witzig, dass da noch was draus geworden ist. Ich mein, als dann irgendwie Miss gedraftet wurde zu SmackDown, da haben wir doch alle gesagt, okay, Miss Tourage oder sowas ist jetzt vorbei, so irgendwie wieder komplett belanglos. Und jetzt sind die hier Road-Tech-Team-Champions geworden, sind undefeated. Also ich find das schon ganz witzig. Also ich hab damit meinen Spaß. Und ich muss auch sagen, ich hatte auch so einen kleinen, so einen kleinen Ausraster verfreut, als sie gewonnen haben, weil ich es einfach unterhaltsam finde. Aber ich kann auch verstehen, wenn jetzt jemand sagt, oh Gott, das ist einfach das Schlimmste auf der Welt. Dieser Hype, den du gerade angesprochen hast, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich find, dass die beiden ja eigentlich, abgesehen vom Titelwechsel dann, also als der Pin durchgegangen ist, dass die beiden eigentlich keine großen Crowd-Reactions bekommen haben. Und was mir auch gefehlt hat, war, ich find, dass die Musik der beiden so unfassbar generisch ist. Das mag vielleicht Absicht sein, aber das klingt für mich auch wie so eine Musik, die irgendwie so zu einer Pause laufen könnte bei einer Wrestling-Veranstaltung. Da ist für mich kein Charakter drin. Also auch noch nicht mal dieser Beat-Team-Charakter, dieser, ja, Edge und Christian Trash-Charme, der die beiden ja so ein bisschen ausmacht, der fehlt mir da so ein bisschen, sondern das ist einfach ultra generisch. Und die beiden kommen da eben rein, wie das 0815-Jobber-Team mit der B auf der Brust. Ich glaub, genau das sollen sie aber auch sein. Ja, aber irgendwas fehlt da. Also irgendwie da fehlt diese, also das spricht selbst meine Nerd-Seele nicht an. Also du willst ein bisschen, also du willst einfach professionelleren Trash. Ja, ich will irgendwie Trash, der mich erreicht. So, also das erreicht mich nicht, sondern das ist irgendwie so, die Segmente mit denen sind nett, auch wie sie dann gefeiert haben am Ende, auch dieses Segment mit Roman Reigns war auch super witzig. So, also das muss man auch mal sagen. Ja, das war lustig. Aber so alles, was vom Entrance bis zum Pinfall gelaufen ist, fand ich so, ja, das war halt sehr 0815. Und klar ist es irgendwie, passt es natürlich zum B-Team, aber ich erwarte dann auch schon, dass mich so ein Comedy-Gimmick so ein bisschen mehr anspricht einfach. Ja, kann ich verstehen. Also wie gesagt, das ist halt echt so, dass Licht und Schatten, die einen sagen, okay, finde ich super witzig, holt mich ab. Und die anderen sagen, oh Gott, bitte nicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz kann ich sagen, ich freue mich unfassbar, dass Baudelis und Curtis Excel jetzt einen Titel gewonnen haben. Ich finde das auch lustig. Weil die jetzt ja auch schon irgendwie, schon irgendwie abgeliefert haben und auch bei der Mr. Rush und so. Also die waren ja schon irgendwie immer präsent und haben da auch irgendwie sich den Arsch aufgearbeitet, abgearbeitet, von daher, why not? Das ist natürlich komisch, dass sie jetzt vielleicht als Champions in den SummerSlam gehen, aber hey, also ich meine, okay. Ja, es wird ja gemunkelt, dass sie auch nur Übergangsgegner quasi sein sollen oder Übergangs-Champions vielmehr sein sollen, bis dann eben Revival und AOP genug aufgebaut sind. Bei Matt Hardy und Bray Wyatt sieht ja alles so ein bisschen nach, ja, Krise aus zwischen den beiden. Es war ja dann auch so, dass zum Ende, glaube ich, Matt Hardy hat ja dann quasi dann in Bray Wyatt reingeschubst worden, hat sich dann am Ende auch sehr geärgert, dass das dann irgendwie schiefgelaufen ist. Es wird gemunkelt, dass da der Split vor der Tür steht. Könnte ich mir auch vorstellen, weil die beiden eben nicht dauerhaft als Team irgendwie so geplant waren, glaube ich. Ja, nächstes Match war dann eines der, ja, kleineren Matches eigentlich auf der Card, so ein bisschen Filler. Constable Baron Corbin gegen Finn Balor. Das war so der Kampf, auf den ich mich fast mit am wenigsten gefreut habe auf der Card. Und der war eben auch, fällt auch für mich unter die Kategorie, der war da. Der tat mir jetzt nicht wirklich weh, aber ich fand ihn jetzt auch nicht so, dass ich da wirklich dauerhaft zuschauen müsste. Also ich habe da auch, mich da wieder selber reflektiert und habe gemerkt, okay, das war der Punkt, wo ich überlegt habe, sollst du jetzt eigentlich ein Brot machen zum Frühstück oder nicht? Oder guckst du vielleicht mal nach, ob irgendwelche Mails angekommen sind? Das war ein Match, das war irgendwie da, aber das hat mich jetzt emotional gar nicht abgerohlt. Und kann man so machen. Technisch war das sicherlich in Ordnung. Also Baron Corbin als der große Böse, Finn Balor gegen der agile Kleine. Das ist schon in Ordnung, auch das Finish war okay, um Corbin zu schützen, eben mit dem Small Package. Aber mitgenommen hat es mich jetzt nicht. Bei dir? Nee, gar nicht. Also was ich mich in erster Linie frage ist, was heißt Constable auf Deutsch? Das würde ich gerne mal wissen. So was wie Stellvertreter, so was in der Richtung. Okay. Also ich habe das jetzt auch nachgucken können, aber das habe ich mich gerade gefragt. Weil er wirklich, das ist ja wirklich jetzt sein Name, Constable Baron Corbin. Das Match war mir einfach unfassbar egal. Also ja, ein Finn Balor kann natürlich gut wrestlen und performt auch und sowas. Aber auch diese Finn Balor-Baron-Corbin-Fäde, das ist ja, also das ist ja Big Cass gegen Daniel Bryan noch uninspirierter. Und Daniel Bryan gegen Big Cass war schon eher so meh. Und dass du das hier nochmal hast und auch die Sache mit dem Small Package, da habe ich mir dann gedacht, oh Gott, aber bitte lass das dann jetzt einfach auseinander gehen, weil ein Small Package kann ja häufig bedeuten, okay, wir machen jetzt nochmal was und dann gibt es bestimmt wieder das Rematch bei Raw oder so ein Kram. Also weiß ich nicht. Das hätte man echt besser nutzen können, die Zeit. Wo war eigentlich Elias? Weiß ich nicht. Auf Tour. Da hätte ich auch lieber ein Elias-Konzert gehabt als das Match, sage ich ganz ehrlich. Ja, das stimmt. Übrigens heißt Constable, nicht Stellvertreter, sondern Constable ist tatsächlich Wachtmeister. Der Wachtmeister Baron Corbin. So sieht es aus. Können mich das jetzt immer so nennen. Ich finde, der sollte auch so ein, am besten so einen englischen Helm aufhaben, weißt du, diese hohen. Das wäre geil. Das wäre ein bisschen schön. Ja, ansonsten. Der wäre noch größer als Finn Balor und noch besser. Genau, weil wir wissen, Size matters und so. Ja, auf jeden Fall, der Kampf war eben da, der war jetzt, da erinnert sich morgen kein Schwein mehr dran, sage ich ganz ehrlich. Aber für Finn Balor war es ganz gut, dass er gewonnen hat und ich hoffe, dass diese Fede vorbei ist, wird sie aber garantiert nicht sein, weil das wäre einfach zu schnell für WWE-Verhältnisse heutzutage. Aber das waren jetzt auch so Zweikämpfe zum Beginn der Card, wo ich mir gedacht habe, so puh, mal gucken, wo das hinführt. Und dann kam der nächste Kampf und da habe ich mich dann erst mal richtig geärgert eigentlich, weil das war so der erste richtig schlimme Aufreger, wo ich mir dachte, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter, irgendwo ist auch Schluss. Da gab es nämlich dann den Kampf um die SmackDown Women's Championship zwischen Carmella und Asuka mit James Ellsworth über dem Ring baumelt in einem Shark Cage und ich habe vorher gesagt, man muss irgendwie gucken, dass man es schafft, dass Asuka nicht wieder Volldepp wieder da steht. Tada! Das hat nicht geklappt. Aber das ging hier sogar noch. Sag mal bitte ehrlich. Nein, also da gab es, also da war die Sache, wo Ellsworth zurückkam, aber 10.000 Mal schlimmer. Hier war das, also hier fand ich es noch, okay, da hat er sich Kette rausgeschmissen, Ref hat es irgendwie gesehen, dann hat er dieses Spray rausgeschmissen, Asuka hat es geblockt, bla 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 und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie da ein James Ellsworth, hat der irgendwas gemacht, dass der da rauskam? Ich weiß es gar nicht mehr. Der hat es doch da oben am Schloss rumgefummelt, der hat natürlich eine H-Klammer oder so dabei gehabt wahrscheinlich. Einfach ein krasser Einbrecher, der Typ. Ja. Ja und ist dann da irgendwie rausgefallen und ist da rumgebaut und dann wird das Ding irgendwie abgemacht, also dann wurde das irgendwie ein bisschen runtergelassen, Ellsworth hing da so ein bisschen wie eine Piñata und Asuka hat halt irgendwann was man mit Piñatas macht, einfach draufgewämpft, bis zum geht nicht mehr und dann kam eben eine Kamella, hat die gegen den Sharkage geschubt und dann war er vorbei und wie gesagt, also ich fand, das war trotzdem noch legitim, weißt du, dass du jetzt irgendwie sagst, eine Asuka ist natürlich abgefuckt wegen dem James Ellsworth und deswegen zimmert die da rein, pflastert die auf den drauf, wie es halt nur geht und dass dann eine Kamella von hinten schubt gegen den Sharkage, ich finde, das lässt die nicht blöd aussehen, da war dieses, okay, ich gucke jetzt in Ellsworth sieben Stunden an, blöder. Ja, also ich meine, wir reden hier schon auf einem sehr hohen Niveau von Doofheit, muss man so zu sagen, deswegen, also klar, dieser Moment, wo dann die zweite Asuka aufgetaucht ist und es war James Ellsworth, das, schlimmer kann es glaube ich auch gar nicht mehr gehen, aber du musst trotzdem überlegen, das ist, die war vorher ungeschlagen, die hat WrestleMania mitgeheadlined mit Charlotte zusammen und jetzt halt sowas, das war ja auch kein Match hier in der Form. Ja, aber so anders kannst du halt eine Kamella nicht gewinnen lassen und dann doch lieber so, also ein 15-minütiges Match hast, und fertig so, also ich glaube schon, dass Asuka irgendwie dann beim Summerslam das Ding gewinnt und dann ist auch gut, aber das ist eben die Sache, wie eine Kamella gewinnt und dafür fand ich es doch, wie gesagt, eigentlich kurz und schmerzlos. Ja, das sagst du, ich sag, das war ziemlich grauenvoll und das Einzige, was ich hier an dem Match bewundert habe, war der Mut eines James Ellsworth, sich kopfüber so baumeln zu lassen, weil wenn du da runterfliegst, kannst du glaube ich schon ganz gut was wehtun, aber ansonsten war das halt, das war Wrestle-Crap in Reinkultur, das sage ich dir ganz ehrlich, das war richtig mistig, Asuka sieht richtig doof aus, das war jetzt die nächste Niederlage, die sie da hingelegt hat, klar, eine Kamella wird dadurch irgendwie innerhalb ihres Charakters geschützt, aber auf Asuka, weiß ich nicht, das passt irgendwie überhaupt nicht mit dieser Fede und der ganzen Geschichte zusammen, ich finde das ganz furchtbar. Kommen wir zum nächsten Match, der Kampf um die WWE United States Championship zwischen Champion Jeff Hardy und Shinsuke Nakamura, das habe ich noch, bevor der Pay-Per-View on Air ging, habe ich ja noch bei der Preview gesagt, das kann ja ziemlich cool werden hier, ja und dann habe ich gelesen, dass Jeff Hardy irgendwie angeschlagen ist und habe mir dann schon so auf dem Weg dahin gedacht, so mal gucken, ob das ein richtiger Kampf wird und eigentlich war es dann der nächste Kampf, der kein richtiger Kampf war, es waren sieben Sekunden, es gab vor der Ring-Glocke ein Cheap-Shot von Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy und dann eben, ja, Jeff Hardy, der Kämpfer, der nun mal ist, sagt, läutet den Kampf trotzdem an, irgendwie, ich kann kämpfen, dann gibt es den Kinshasa und Ende war es. Also Kai, du als alter Jeff Hardy-Befürworter, hast du ein bisschen geweint? Ich fand es natürlich schade, klar, also weil, ich hätte wirklich sehr, sehr gerne Jeff Hardy gegen Shinsuke Nakamura gesehen, aber ich meine, du siehst dir auch einem Jeff Hardy an, dass das alles, dass das alles nicht mehr so leicht fällt. Die Bewegung, dass da Schmerzen bei sind. Ich finde gerade durch das Face Pain wird das nochmal ein bisschen mehr versteckt, was vielleicht auch ein Vorteil ist. Und ich muss aber sagen, dass das eigentlich ein sehr schlauer Move war. Ja. Also weil, gerade aus dieser AJ-Fede und wir haben, also ein Shinsuke musste hier auch den Titel holen und das mit dem Laublau, ich finde, das passt jetzt zu dem Charakter und wo kannst du dir besser für einen Nakamura, also weil der braucht ja auch irgendwie sein, sein Heal-Heat, ne? Der muss ja auch weiterhin gehasst werden und bei wem kannst du es besser machen, als wenn du einen Jeff Hardy, der halt durch und durch Publikumsliebling ist, auf so asoziale Art und Weise besiegst. Also besser kannst du es ja eigentlich, wenn das das Ziel ist, kannst du es eigentlich nicht besser booken, oder? Ja. Ne, das passt schon so. Also gerade auch im Hinblick auf die Gesundheit von Jeff Hardy und so. Das war in Ordnung, wie sie es gelöst haben. Natürlich war es kein Match. Ich hätte gerne ein Match zwischen den beiden gesehen, aber... Ja, klar. Aber wenn das eben, wenn das so die Hintergründe sind, dann war das eine gute Art, um einfach diese Geschichte aufzulösen und man hat ja dann eigentlich auch direkt im Anschluss mit der Rückkehr von Randy Orton, der dann überraschend in die Halle gekommen ist, hat man dann ja, ja, die nächste Geschichte quasi schon angeschubst. Und wie gefielte das? Also ich hab ehrlich gesagt mit dem RKO gerechnet, Also da ist ja dann, Schinske ist ja ganz schnell aus dem Ring gerutscht, stand dann draußen auf dem Kommentatorenpult, ich glaub, es war auf dem Deutschen, glaub ich sogar, und hat eben beobachtet, was da passiert und ein Randy Orton kam in den Ring und ich dachte so, aha, jetzt gibt's gleich den RKO gegen Jeff Hardy, der sich da noch krümmte. Falsch gedacht, es gab dann einen Tieftritt und zwar einen ganz schön saftigen. Wie fandest du das? Oder wie deutelst du diese Aktion? Also erst mal fand ich's sehr, ja, erst mal kam halt Randy Orton rein und ich war so, ja, okay, Randy Orton ist halt da mega. So, wie, wie ich ein krasser Fan von, weil der mich auch so abholt bei SmackDown in dem letzten Jahr. Und also, ich war nicht ganz so begeistert, aber als ich dann, weil dann dachte ich, es gibt irgendwie so ein Stairdown, so nach dem Motto, oh, hier ist der gute Randy Orton gegen den bösen Shinsuke Nakamura. Aber als er dann nochmal in Jeff Hardy reingetreten hat, war ich so, ach, guck mal, vielleicht ist das ja ein Heel Randy Orton und ein Heel Randy Orton, der macht Spaß. So, den guckt man sich gerne an, das ist nicht dieses langweilige Face, oh, guck mal, ich bin so cool und ich glaub, das ist auch ein Grund, eine AKO hätte nochmal ein bisschen Jubel gezogen und deswegen hat er auch diesen Tritt gemacht und da muss ich schon sagen, da bin ich jetzt schon gespannt drauf, wie es jetzt weitergeht, also da freue ich mich auf Smackdown so zu schauen, was war der Hintergrund, wie ist es, haben wir jetzt wirklich so ein Assi-Heel Randy Orton, der vielleicht auch jetzt keine Pundkicks oder Eiertritte verteilt, ich weiß es nicht. Das könnte schon was werden, weil gerade, ich meine auch zum Beispiel in Chris oder sowas, da wird ja auch Neuer Orton häufig kritisiert, weil es schon irgendwie eindimensional langweilig ist, aber wenn es jetzt eine Heel-Persona ist, habe ich da schon Bock drauf. Geht's dir da ähnlich? Ja, also ich fand das jetzt auf jeden Fall interessant und es ist auf jeden Fall jetzt ein Grund, um sich nochmal Smackdown dann anzuschauen, weil man natürlich da gerne wissen möchte, warum hat er so gehandelt. Ich habe das so ein bisschen so gedeutet, ich glaube nicht, dass wir den Heel Randy Orton sehen, ich habe das eher so gedeutet, so nach dem Motto, was du kannst, kann ich auch. Ja, das habe ich auch gelesen, dass es Leute vermutet haben. Ich hätte aber trotzdem lieber Heel Randy Orton. Ja, aber so habe ich es jetzt einfach mal gedeutet. Aber nichtsdestotrotz, man hat es zumindest geschafft, um da so ein bisschen Interesse zu erzeugen, dass ein Randy Orton zurückkommt. Ja, bin ich auch so ein bisschen bei dir, weil diese Rückkehr war ja auch schon lange irgendwie durch die, ist ja schon lange durch die, Dirt Sheets gegeistert in irgendeiner Form und dass er jetzt da wieder ist, finde ich okay, weil er dann doch noch irgendwie einen gewissen Namen hat und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht so ein US-Title-Ping-Pong zwischen den beiden wird, also zwischen Shinsuke Nakamura und Randy Orton wird und ich hoffe auch, dass das jetzt nicht nur weitergeht mit wir kloppen einander in die Eier, dass einfach diese blöde Fede zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura weitergeführt wird, nur statt mit AJ Styles dann eben mit Randy Orton. Das fände ich ein bisschen anstrengend, wenn die beiden sich jetzt da dann auch einfach nur ausrambohen würden. Aber was eigentlich gar nicht passt, ist generell, ich finde die Paarung Randy Orton gegen Nakamura, wenn du das einmal siehst, okay, da ist einmal so ein bisschen dieser Strong-Style, der auch stiffer ist, was die Arbeit angeht und dann Randy Orton, der so nach dem Motto ist, schlägst du mich einmal zu fest, töte ich dich. Also das passt gar nicht zusammen, ich habe da richtig Angst vor und irgendwann hast du so eine richtige Schlägerei im Ring zwischen den beiden, weil irgendwie Nakamura einmal zu fest dazugetreten hat und Randy Orton sagt, okay Junge, so nicht. Ja. Ja, muss man mal gucken. Das sind natürlich auch zwei merkwürdige Stile, die da aufeinandertreffen. Also Randy Orton ist ja auch so ein Kandidat, der nicht unbedingt mit jedem Gegner die geilsten Matches zeigt, genauso wie ein Shinsuke Nakamura. Muss man abwarten. Also ich finde es spannend, aber zugleich habe ich auch ein bisschen Angst, was dabei rauskommen könnte. Und du sagst schon ganz richtig, das sind eigentlich zwei Welten, die aufeinandertreffen. Auch gerade ein Randy Orton, der ja quasi seine gesamte Karriere mehr oder weniger nur bei WWE gewesen ist. Ein Shinsuke Nakamura, der eben in Japan sein Handwerk gelernt hat, wo es ja dann doch rauer zur Sache geht. Schauen wir mal. Auch gerade Randy Orton mit seiner Verletzungsgeschichte, die er sich rumschleppt. Mal sehen. Also ich bin nicht total gehypt ob dieser Kombination, sagen wir es mal so. Einfach mal so, weil ich irgendwie mir diese Stile schwer miteinander vereinbar. vorstelle. Gucken wir mal. Sehe ich auch so. Aber mal schauen, wer weiß. Vielleicht wird sie unterhaltsam. Und der eine macht Kinshasa und der andere macht Pancakes oder so. Wäre auch cool. Ja, weiter ging es mit dem Steel Cage Match zwischen Braun Strowman und Kevin Owens. Ich habe es gerade schon angesprochen. Braun Strowman mit seinem kleinen grünen Köfferchen. Der Kampf an sich war eigentlich relativ nebensächlich, finde ich. Also man hat gemerkt, dass Kevin Owens alles tut, um irgendwie seinen Gegner gut dastehen zu lassen. Ich muss ihm höchsten Respekt erweisen, wie schnell er die Handschellen angelegt hat bei Braun Strowman, weil ich habe schon so viele schlechte Handschellen-Spots gesehen in meiner Wrestling-Fan-Laufbahn. Ich habe schon so oft Handschellen benutzt, auch privat. Und das hat nicht geklappt. Ich habe gesehen, wie Marty Scurl ungefähr acht Minuten lang versucht hat, die Handschellen aus seinem Pelzmantel rauszupulen, als er gegen Marcel Bartel, also Axel Dieter Junior, angetreten ist. Beim vorletzten Karat, glaube ich, war das. Das war grauenhaft. Ich bin fast wahnsinnig geworden, weil er diese blöden Handschellen dann auch nicht zugekriegt hat und solche Sachen. Also Handschellen-Spots sind immer eine ganz heikle Angelegenheit. Hier hat es gut funktioniert. War dann auch nicht überraschend, dass dann Braun Strowman sich irgendwann da losgerissen hat. Ja, bevor wir zu dem entscheidenden großen Knall am Ende kamen, Kai, wie hat dir hier der Kampf an sich gefallen? Ich muss sagen, ich fand, das war in sich, was die Charaktere angeht, super schlüssig. Also da ist einmal Braun Strowman, der sagt, ich möchte einfach Kevin Owens wehtun und Kevin Owens dann versucht zu überleben und irgendwie versucht hier und da nochmal rauszuklettern, während er dann eben mit diesem Monster im Steel Cage eingesperrt ist und natürlich wird dann irgendwie da eine Aktion gezeigt und hier und da und dann denkst du, oh Gott, ich glaube Kevin Owens stirbt gleich, versucht dann aber auch noch immer irgendwie kurz rauszuklettern oder zur Tür rauszugehen und Braun Strowman sagt, okay, ich kann jetzt hier das Match beenden, will ich aber nicht, sondern ich will jetzt einfach noch ein bisschen mit Kevin Owens spielen, das fand ich erstmal super schlüssig. Danach die Sache mit den Handschellen, ich habe auch gelesen, dass die Leute gesagt haben, okay, das war super dumm, warum geht denn Kevin Owens nicht einfach raus? Ich finde aber auch, dass es da wieder gepasst hat, dass dann Kevin Owens sagt, ich habe jetzt ja die Oberhand, jetzt kriegst du mal ein bisschen was wieder. Dieses, es ist ja auch diese Arroganz eines Kevin Owens, weil er nochmal sagt, okay, hier nochmal ein Tritt oder das Sucket und sowas, das hat ja auch alles gepasst. Also wenn wir jetzt mal den großen Spot gleich am Ende noch erstmal auslassen, fand ich ja, also bis zu dem Punkt erstmal alles super stimmig. Musstest du auch an CM Punk denken, als er eben den Abschiedskuss gegeben hat? Natürlich, aber gut, ich denke immer an CM Punk. Aber da besonders. Ich werde deine Freunde dran erinnern. Ja. Nee, das war echt gut. Ja. Ich glaube, CM Punk kommt wieder zurück, das war ja ein Hinweis, dafür, dass der jetzt nämlich bei SummerSlam gegen Brock Lesnar kämpft. Ja, Half-Life 3 confirmed. Genau. Sie haben gesagt, dass Half-Life 3 der WWE. Ja, so sieht's aus. Nee, ich konnte damit auch leben. Also ich fand den Kampf auch in sich unterhaltsam und schlüssig. Der war ja auch nicht so mega lang. Also grundsätzlich war eigentlich abgesehen von dem Main Event und AJ Styles gegen Rusev und Lashley gegen Roman Reigns, war kein Kampf über zehn Minuten. Das fand ich auch schon sehr überraschend eigentlich. Und deswegen, innerhalb dieser Matchstruktur und innerhalb dieser Charaktere hat das irgendwie auch funktioniert. Und das war kein technisch geiles Match, aber das war eben ein reiner Charakter-Build-up eigentlich, bis zu diesem großen Spot am Ende. Und alter Schwede, ich hab mir schon gedacht, also als ich diesen Käfig dann von schräg unten gesehen hab, konnte man ja sehen, dass die diesen Steg quasi, dass der massiver gebaut war. Hast du das auch gesehen? Sonst ist das ja nur so eine Röhrenkonstruktion. Diesmal waren da ja Platten drüber, sodass die wirklich auch da drauf stehen konnten. Und ich hab nie im Leben erwartet, dass heutzutage noch mal ein Wrestler von so einer hohen Plattform runtergeworfen wird, außer Shane McMahon. Das ist einfach bescheuert, also wirklich. Das ist einfach krank. Also weil, das war einer dieser Momente, zum Beispiel, das gab's auch in diesem Andrade-Almas-Ging-Sinkara-Match, wo dann immer so ein angedeutet wird, okay, ich mach jetzt den Superplex nach draußen auf den Boden und du bist so, ja, einen Scheiß machst du. Also jetzt gleich kommt ein Konter oder sowas oder einer rutscht irgendwie nochmal weg und da kommt halt der Move doch nicht. Und das gleiche dachte ich mir eben auch, weil ich war so, klar, das ist halt Braun Strowman, jetzt ziehen wir nochmal so einen Mega-Moment an und dann schmeißt er den da einfach runter. Also, wie heftig war das bitte? Also, und du musst aber bedenken, Kevin Owens steht ja rückwärts, ne? Und, da kann ja alles schießen, der kann einfach, also, der kann wirklich einfach sterben dabei, ne? Das ist scheiße gefährlich. Und, ähm, der ist ja super gelandet erstmal, also ich weiß gar nicht, wie das da, wem man da jetzt eher danken soll, dass das so gut lief, Kevin Owens oder Braun Strowman, aber, das war ja super geworfen und, ich war wirklich einfach geschockt. ich saß da und ich musste das mal verarbeiten. das, also ich, ich freue mich sehr darauf, wenn ich das nachher mit meiner Freundin gucke und die diesen Moment sieht. also, 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 ich kann das bis jetzt noch nicht glauben, wirklich. Das war so krank. Du musst, wie hoch ist das? Also, das waren garantiert fünf Meter oder sowas. Und er schmeißt ihn einfach durch den Tisch rückwärts. Und, nee, also, fandest du das nicht auch genauso heftig? Also, ich kann es echt nicht glauben, dass, dass er das gemacht hat. Ja, ich, äh, hab auch sehr laut aufgeschrien in dem Moment und stand mit offenem Mund, äh, vorm Fernseher, mehr oder weniger, saß auf der Couch, äh, und hatte offenem Mund. Also, das war schon, äh, halsbrecherische Aktion, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also, ich hab nie und immer damit gerechnet. Ich hab damit gerechnet, dass, äh, Owens irgendwie ein, zweimal noch auf den Arm einschlägt und dass, äh, Braun Strowman ihn vielleicht dann irgendwie zurück in den Ring schubst oder sonst irgendwas. Also, was ja auch schon krass ist, wenn er, also, es gibt ja diese Spots, wo einer einen von oben in den Ring wieder fallen lässt. Ja. Was ja auch schon heftige Spots sind. Ja, aber das war eben dann auch nochmal echt, äh, eine Stufe härter. Die haben sie auch sehr clever dann aufgebaut. Und man konnte ja auch sehen, dass da draußen war ja auch so ein, äh, so ein Landingpad unter dem, unter dem Pult. Das ist ja dann auch, da konntest du ja sehen, wie dann die Luft rausgegangen ist. Aber du musst trotzdem erstmal aus dieser Höhe auch diesen Tisch treffen. ich hab ja gesagt so, da kann ja einfach so viel schief gehen. Das war schon extrem riskant einfach und zeigt auch, ähm, ja, die, die, die Bereitwilligkeit eines Kevin Owens einfach einen Charakter wie Braun Strowman overzubringen. Weil wir wissen, dass eigentlich, ja, so ein, ein Vince McMahon, auch wenn wir ihm viel Böses nachsagen, solche Sachen verlangt er von seinen Angestellten nicht. Also, wir erinnern uns an Mick Foley, der hat ja auch danach gesagt, nach dem Hell in a Cell, äh, was ja auch dieses Jahr Jubiläum gefeiert hat, in Anführungsstrichen, hat er ja auch gesagt, bitte tu so etwas nicht nochmal. Sondern das sind ja häufig Dinge, die werden dann irgendwie gepitcht und dann, ja, wird gefragt, so, möchtest du sowas machen? Und wenn er dann eben sagt, nein, dann legst du dir was anderes aus. Weil so eine Aktion musst du nicht unbedingt bringen. Aber natürlich untermauerst du damit auch diese, ja, Ruchlosigkeit und diese Aggressivität und dieses Überleichen gehen eines Braun Strowman. Und das ist letztlich ganz so ähnlich gewesen, wie ich es dann auch in der Preview gesagt habe. Ich habe in der Preview gesagt, vielleicht wirft Braun Strowman Kevin Owens einfach durch den Käfig und verliert dadurch. Ja, und ich finde, das passt auch sehr schön, weil das ist auch wieder so eine Sache, habe ich gelesen, dass die Leute darüber aufgeregt haben, so nach dem Motto, ja, warum schmeißt ihr den nach draußen? Dann verliert der doch. Und, ähm, dem kann das doch nicht egal sein, ob der gewinnt oder verliert. Ich meine, dann können uns das ja auch egal sein. Aber genau, das ist doch eben Braun Strowman, dieses, Leute, mir ist das so latte, ob ich jetzt hier gewinne oder verliere. Ich will einfach kaputt machen, so. Ich schmeiße dich von hier nach da und ob du jetzt gewinnst oder nicht, guck mal, wer von uns beiden jetzt aus der Halle läuft werden muss, der hat gewonnen. Genau, das gab's ja dann auch noch, als er dann, als dann Kevin Owens ja da versorgt worden ist, wo dann eben ein Braun Strowman gesagt hat, hier, and you're a winner, Kevin Owens, und hat dann gelacht und ist weggezogen einfach. Ja, das gehört zum Charakter dazu und wie du schon gesagt hast, dem geht's einfach nur um die Zerstörung und hier hat er die Zerstörung angerichtet und sein Tagewerk war erfüllt, ob er dann gewonnen hat oder verloren, ist letztlich auch, allein durch den Money in the Bank Briefcase ja noch viel egaler, weil er so oder so irgendwann seinen Titleshot kriegt. Na, der hat ja eigentlich nichts mehr, worum er kämpfen müsste, sondern der kann jetzt einfach roughshod laufen und da seinen Spaß haben, wie es eben ein Braun Strowman so tut und wenn das eben Leute von Käfigen runterschmeißen beinhaltet, dann ist das halt so. Nein, aber das war, wie gesagt, auch nochmal da ein Hut ab für Kevin Owens, dass er das so durchgezogen hat, dass er bereit ist, sowas zu zeigen und auch wie er das da durchgezogen hat, also allerhöchste Hochachtung, also das war schon extrem riskant und ich habe nichts gelesen, ob das er irgendwie verletzt gewesen wäre und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er jetzt aber heute dann auch bei Raw nicht zu sehen ist, sondern erstmal auch eine Zeit lang raus ist, oder? Also ich möchte nach so einem Spot, genau, nach so einem Spot sollte er dann eigentlich eine Zeit lang irgendwie ausscheiden und dann zurückkommen und sagen, hier, vielleicht dann sogar noch mit Halskrause oder sonst was, aber der sollte erstmal aus den Shows geschrieben werden, zumindest vor ein, zwei Wochen. Ja, das glaube ich auch. Obwohl ich es mir auch vorstellen kann, dass da heute irgendwie im Rollstuhl oder so reingeschoben wird von irgendjemandem. Auch möglich. So Al-Abatista, weißt du. Ja, schauen wir mal. Das kann natürlich auch passieren, das stimmt. Ich fand jetzt, dann haben irgendwie so ein bisschen die Verletzungsangels haben in diesem Moment so ein bisschen für mich überhand genommen, weißt du? Weil es gab ja dann schon vorher das Segment mit Kane, der von den, oder von Team Hell No, die ja von den Bloodshorn Brothers angegriffen worden sind, wo dann ja Kane schon angeschlagen war. Du hattest einen Jeff Hardy, der quasi auch mit Medical Issues irgendwie da behandelt worden ist. Dann Kevin Owens, der einen Stretcher-Job gemacht hat und dann ging es eben weiter mit dem Kampf um die SmackDown Tag Team Championships zwischen den Bloodshorns und Team Hell No, wo dann ja auch eben ein Kane erst mal draußen war mit einer Knöchelverletzung. Und ich glaube, dieser Kampf war nicht so geplant mit dem Aufbau. Ich habe gelesen, dass Kane tatsächlich verletzt sein sollte und dass man das jetzt quasi so als, ja, Zwischenlösung genommen hat. Also er muss tatsächlich auch mit diesem Schuh, den er da angehabt hat, zur Arena gekommen sein und muss verletzt gewesen sein. Ist natürlich ein bisschen doof, ne? Hell No so gut aufgebaut. Und der Kampf an sich war ja dann doch eher ein Handicap-Match zwischen den Bloodshorn Brothers und Daniel Bryan. Das war an sich okay. Also Daniel Bryan funktioniert eben in der Rolle, die er spielt, aber hat natürlich längst nicht diese Dramatik gehabt, die man dann irgendwie erwartet hätte. Mein Tipp war übrigens, dass Kane hier dann, als er dann zum Ring gekommen ist, ich habe eiskalt darauf gesetzt, dass er den guten Daniel Bryan nochmal hintergeht. Oh Gott, nein. Ohne Spaß. Dann wird einfach Kane irgendwann zu Big Show oder zu Nia Jax werden. Das wäre, also, das war so eine Sache, also hätte wirklich hier einen Kane geturnt, das hätte mich unfassbar abgenervt. Von daher bin ich froh, dass es so ist. Und ich muss auch sagen, also ihr habt nicht mitbekommen, dass ein Kane wirklich vorher verletzt war. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Storyline-Kram. Aber das finde ich schon schade, weil die Sache mit Daniel Bryan und Kane, auch bei SmackDown und sowas, auch diese Video-Packages und die Promos zusammen, ich finde die super unterhaltsam, die beiden. Die haben so eine geile Chemie, dass es, also das sind ernstzunehmende Kontrahenten, ernstzunehmende, doch Kontrahenten oder auch Titelanwärter, aber auch trotzdem super witzige Leute. Also, auf der einen Seite sagst du, okay, die können auch die Blattspotten auseinandernehmen und trotzdem unterhalten die mich irgendwie wie sonst, keine Ahnung, die Fashion-Files das gemacht haben, weil die so eine ganz eigene Chemie zusammen haben. Und wenn das jetzt enden würde, würde ich das wirklich schade finden. Ja, also ich habe eben gelesen, dass Kane wohl auch quasi mit diesem Schuh schon vorher oder mit einer Fußverletzung und dieser Manschette schon vorher in die Halle gekommen wäre und da wo gesehen worden wäre. Kann ja durchaus möglich sein. Ja, also ich fände es auch schade, weil das war ein cooles Comeback, das war auch ein cooles Programm für Daniel Bryan. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass er wohl seinen Vertrag anscheinend auch wieder unterzeichnet hat, also quasi die Verlängerung durch sein soll. Offizielle Bestätigung fehlt da allerdings noch. Der Kampf an sich war so in Ordnung, aber auch da wieder, das fällt in dieselbe Klasse wie zuvor. Das war jetzt nichts Weltbewegendes, dass Kane Comeback, als er dann doch noch zurückgekommen ist, war dann auch relativ kurz gehalten und am Ende hat dann eben dann doch ein Daniel Bryan die Säge streichen müssen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Ich habe nicht gedacht, dass Daniel Bryan hier den Pin einsteckt. Wie war es bei dir? Hat mich auch wirklich gewundert, gerade weil du sagst, okay, ein Kane tut das weniger, den Pin einzustecken. Aber wie gesagt, wenn er vielleicht wirklich irgendwie eine Verletzung hat, dann sagt man, wir gehen auf Nummer sicher und lassen gar keinen Bump oder sowas nehmen. Weil das war ja schon irgendwie noch eine heftige Aktion und ich meine, um Match zu beenden, musste er schon ein bisschen was Krasseres zeigen als, keine Ahnung, gibt es jetzt mal eine Closeline, gerade bei einem Kane, das ist ja auch irgendwie unglaubwürdig. Dann haben wir lieber gesagt, okay, wir lassen jetzt den Daniel Bryan pin, was man dann noch verkaufen kann unter dem Motto, der hat jetzt schon vorher irgendwie sieben Minuten lang alleine gegen die beiden gekämpft, war auch die ganze Zeit unterlegen und dann gibt es nochmal so einen heftigen Tag-Team-Finisher. Dann ist es auch okay, meiner Meinung nach. Das war schon in Ordnung so. Ich bin jetzt auch mal da gespannt, wie es weitergeht, also ob dann auch ein Daniel Bryan aus dem Programm rausgenommen wird, ob diese Fede jetzt einfach fallen gelassen wird, das kann ich mir eben auch vorstellen, wenn dann gerade ein Kane wirklich verletzt sein sollte. Schauen wir mal. Also hier wurde dann auf jeden Fall, ja, ganz klar Daniel Bryan gepinnt, hat verloren, Kane konnte auch nicht mehr eingreifen und ja, es hat halt eben auch so ein bisschen ja, den Anschein eines, ja, ein bisschen Angle hat es dann auch gehabt. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Nächster Kampf war da schon überraschenderweise Roman Reigns gegen Lashley. Das haben ja viele als Main-Event irgendwie gehandelt und dann war es ja dann doch erst, war es ja doch eigentlich so der Mid-Card-Main-Event mehr oder weniger. Hat mich überrascht und ich kann da jetzt nicht viel Schlechtes dran finden. Ich fand, das war ein guter Powerhouse-Clash zwischen Roman Reigns und Lashley. Lashley, der nach kürzester Zeit geschwitzt hat bis zum Gidney-Meer. Das ist unfassbar. Wie kann man so viel, das geht gar nicht, dass ein Mensch so sehr schwitzt. Also, als er da aufs Hoprop gegangen ist, ich dachte, ich dachte, das ist ein Wasserfall. Also, das ist ja unglaublich. Wenn du denkst, nee, also, boah, das ist so krank. Ich glaube, wenn du, wenn es wirklich dazu kommt beim SummerSlam, Brock Lesnar gegen Bobby Lashley muss wirklich nach dem Match einfach das Ding neu bezogen werden. Das kann ja, wie kann man denn so viel schwitzen? Das gibt, so viel Flüssigkeit, da kannst du eigentlich einen Körper haben. Brock Lesnar ist ja auch so ein Kandidat, der auch sehr schwitzt. Ohne Spaß, ich glaube, Bobby Lashley wird einfach, der macht so ein Drei-Minuten-Match und dann kann der einfach, wenn der an der Rampe losrennt, auf den Bauch bis zum Ring rutschen. Das ist unglaublich. Ich glaube, der braucht halt keine Wasserrutsche oder so, der ist einfach seine eigene Wasserrutsche. Wie ist das denn, wenn der Sex hat? Das ist ja unfassbar. Das ist einfach, stell dir mal vor, du kannst einfach das Bett beziehen danach. Vielleicht trägt der einfach so ein Ganzkörperkondom oder sonst irgendwas. So ein Bubble Boy oder so. Ja, genau. Nee, verstehe ich nicht. So, mit diesen Gedanken lassen wir euch jetzt erst mal zwei Sekunden alleine. Nein, aber der Kampf an sich war absolut okay. Also ich mag die beiden jetzt auch nicht unbedingt. Also wir haben letzten Wochen über den Aufbau von Lashley gesprochen, dass der ziemlich für den Eimer war. Aber der war jetzt schon okay, der Aufbau. Also jetzt mal abgesehen davon, dass die Fede so ein bisschen war so nach dem Motto okay, Sami Zayn ist so ich beleidige deine Familie und sag jetzt halt alle Lügner und Scheiße. So, ja okay, aber einen Sami Zayn respektiere ich schon. Roman sagt so ja, das ist halt mein Yard und nicht deiner Bobby. Ganz ehrlich, habe ich keinen Respekt vor. Also Sinn haben die Aussagen von der Bobby Lashley nicht gemacht, aber trotzdem hat das den Charakter interessanter gestaltet als vorher, muss ich sagen. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so schwer. Ja, klar, natürlich, weil vorher hat nichts da war, aber man muss ja auch mal loben, ne? Ne, das ist schon okay. Also klar war das besser als vorher, aber nichtsdestotrotz war das jetzt auch alles andere als ein idealer Start für Lashley nach seinem Comeback und nach WrestleMania. Also das war schon nicht so gut und Roman Reigns, da haben wir ja auch schon oft genug drüber geschimpft, wie er eben den Fans dann auch teilweise in den Hals geschoben wird. Aber nichtsdestotrotz, dieser Kampf war absolut okay. Man hat am Anfang eben diese unterschiedlichen Stile gesehen, eben ein Bobby Lashley, der dann auch eher so der Ringer gewesen ist, ein Reigns, der dann eben eher über diese Aggressivität und diese Wut geht phasenweise auch, ein Reigns, der dann auch teilweise so ein bisschen heelisch agiert hat, auch mal ein Lashley am Seil gewirkt hat. Bis fast, das hätte auch die Q sein können, ne? Weil er hat bei 4 nicht aufgehört. Ja, streng genommen, ja. Ich hab da ganz ehrlich nach Videobeweis gerufen, aber na gut. Nee, und ansonsten, ich war ein bisschen überrascht, dass es dann doch relativ schnell dann ja vorbeigegangen ist, finde ich. Also das waren zwar 15 Minuten, aber sind wir mal ehrlich, Roman Reigns hat auch schon deutlich mehr gefressen, als er das hier getan hat. Und dann am Ende war es ja auch dann ein Spear von Lashley gegen Reigns, der dann den Sieg gebracht hat. Kam für mich ein bisschen überraschend. Der Spear war eben aus dem Stand dadurch nicht ganz so wuchtig, wie man das vielleicht sonst gewohnt ist. Aber ich konnte insgesamt mit dieser Paarung der beiden gut leben und finde, das war innerhalb des Gefüges dieses Pay-Per-Views für mich eines der stärkeren Matches auf der Kart. Wie war es bei dir? Mir war das ein Tacken zu langsam, das Match. Also das hätte kürzer sein müssen, also ein bisschen kürzer, sagen wir mal, so 2-3 Minuten oder ein Tacken schneller. Also weil ich fand, da waren manchmal so ein paar Durststrecken drin, aber das ist ganz subjektiv natürlich. Ich finde es krass, dass ein Bobby Lashley clean gewinnt. Ich finde es schön, dass er mit dem Spear gewinnt. Ich hoffe auch, dass der Spear wieder sein Finisher wird und nicht dieser unfassbar dumme Vertical Suplex, der wirklich der komischste Finisher ist, wo ich immer so bin, war das jetzt, war das nicht? Also von daher kann ich da echt nicht drüber meckern. Es war mehr, als man erwartet hat, weil gut, die meisten haben auch irgendwie nichts erwartet. Also von daher ist das schon wirklich in Ordnung. Ich denke mir jetzt nur, bedeutet das jetzt, dass wir jetzt Bobby Lashley gegen Brock Lesnar bekommen, weil das will ich eigentlich auch nicht sehen. Also Bobby Lashley wäre für mich kein Universal Champion. Ja, das ist eben dann auch das ist ein bisschen mein Problem dabei. Ja, kann ich verstehen, weil meine Assoziation war genau dieselbe. Andererseits war das jetzt ja hier kein klares Number One Contendership Match. Man kann natürlich jetzt auch sagen, wir machen dann nochmal den Rückkampf und dann ist es ein Number One Contendership Match. Also ich weiß es nicht, weil Bobby Lashley ... Ich will aber auch noch einen Hetzig haben. Eben, aber ich glaube halt auch nicht, dass das jetzt automatisch bedeutet, dass ein Lashley da in den Main Event vom Summerslam rutscht, weil ich glaube auch nicht, dass das ausreicht. Also ich glaube nicht, dass Lashley gegen Lesnar unbedingt jetzt ein Kampf ist, der die Massen ziehen würde. Irgendwie, vielleicht wird es ein Three-Way oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Also ich tue mich da auch schwer mit Lashley gegen Lesnar. Klar wäre das irgendwie unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise, weil das sind ja einfach Nummer zwei, die so von der Statur her und von der Grundausrichtung her extrem ähnlich sind und dadurch ist es eben interessant. Aber es sind eben auch zwei Charaktere. Lashley ist inzwischen ein bisschen totgelaufen. Lashley findet jetzt gerade sowas wie ein bisschen Kontur. Ob man die dann direkt schon gegeneinander stellen muss, weiß ich nicht. Andererseits, ich sehe auch keinen anderen potenziellen Summerslam-Gegner, es sei denn, man sagt jetzt wirklich, ja man macht Braun Strowman gegen Lesnar, was für mich eigentlich die logische Alternative wäre. Aber das, ich glaube nicht, dass das so kommt. Also wie siehst du das? Wie siehst du die Geschichte da? Also erst mal Wunschdenken, ich hätte ja gerne, dass Tess Rollins Brock Lesnar besiegt. Also das einfach mal Wunschdenken, was ich wirklich sehr gerne hätte. Oder ich würde auch wirklich gerne den Demon gegen Brock Lesnar sehen, das ist aber noch so ein bisschen mehr Internetwunschdenken. Was ich mir aber wirklich vorstellen könnte, ist, dass ein Braun Strowman sagt, vielleicht auch morgen, ich cash ein bei Summerslam. Also bewegt deinen Arsch dahin und das ist da mein Cash-In. Was auch zu einem Braun Strowman irgendwie passen würde, finde ich. Weil wir ja auch gesagt haben, also ich meine, es würde natürlich auch passen, dass jetzt irgendwie so ein Referee irgendwo mitschleift und sagt, ich hau den jetzt kaputt und dann cache ich ein. Aber es würde auch genau so gut passen, dass er sagt, ey, ich brauche diesen Überraschungsmoment nicht. Ich will einfach nur, dass du da bist. Und das reicht schon, um dich Platz zu machen. Ja. Wenn es sich auch dazu passen, dass dann einfach Braun Strowman sagt, so nach dem Motto, nicht du entscheidest hier, wann du deinen Titel verteidigst, sondern ich entscheide das für dich. Wir beide sehen uns beim Summerslam. So geht's ja auch. So You, Me, Summerslam. Genau. Wäre möglich. Ich glaube eben, dass man aufgrund dieser Problematik, genauso bei dieser Ansetzung, also zwischen Roman Reigns und Lashley, diesen Number One Contender Stipulation weggelassen hat, um sich sozusagen alle Türen offen zu halten. Dass man, die Fans spekulieren jetzt so, wer ist denn jetzt eigentlich ein Number One Contender und war's das jetzt? Und letztlich ist es ja genau das, worum es dann auch beim Wrestling geht, so ein bisschen diese Unwägbarkeiten und so. Man lässt viele Fragen offen, dadurch schalten ein paar Leute mehr vielleicht morgen bei Raw ein, man weiß es nicht. Ja, also haben sie mich auf jeden Fall mit. Also sag ich ganz ehrlich, bei mir hat's geklappt. Ja, wir werden sehen, also ich kann mir da diverse Varianten vorstellen. Ich möchte aber, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Lashley gegen Lesnar sehen möchte, aber wir werden so oder so auf jeden Fall einige sehr große Männer gegeneinander im Ring sehen beim Summerslam, da bin ich mir sehr sicher. Nächster Kampf war der Kampf um die Raw Women's Championship in einem Extreme Rules Match zwischen Championess Alexa Bliss, begleitet von Mickie James, gegen Nia Jakes, begleitet von Natalya. Und ich find diese Konstellation nach wie vor absolut absurd. Also diese Buddy-Gruppierung, die sich da gebildet haben, also Alexa und Mickie, da gab's ja auch diese Fede, die wir hatten. Und Nia und Natalya passt auch nicht zusammen nach der Fede und mit Ronda Rousey. Ronda Rousey saß ja da auch mit ihrem Ehemann in der ersten Reihe. Also, ich weiß nicht, ich find, dieser Kampf hat mich sehr stark an WrestleMania erinnert, nur dass bei Mülltonnen dabei waren. Ja, es war einfach Natalya. Also ich weiß auch nicht, warum die dabei waren und dieses Buddy-Ding, ich weiß auch nicht, was Nia Jakes ist. Face, Heel, keine Ahnung, versteh ich nicht. Mickie James ist auch einfach nur da, um Luft wegzuatmen, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, ich mag diese, diese komischen Paarungen nicht. So, bring doch direkt deine ganze Familie mit nach draußen. Also, keine Ahnung, das war irgendwie komisch und auch, ach, also ich, ich mein, wir hatten Extreme Rules Match, das war mal ganz schön, weil das Pepperville heißt ja auch so, hey, immerhin etwas. Ähm, aber, so an sich hat mir das jetzt irgendwie nicht so viel gegeben und die Sache war ja auch, was wir schon vorher so irgendwann mal kritisiert haben, ähm, auch Nia Ronda Rousey sagt, ja, ich hab mir halt ein Ticket gekauft dafür, dann weißt du klar, natürlich wird sie eingreifen und dann gibt's irgendwie wieder so ein Hin und Her, aber, naja, also, mehr war's dann auch irgendwie nicht. Nee, das war auf jeden Fall kein gutes Match, um es mal ganz klar zu sagen, also, das war sehr holprig insgesamt, genauso wie deren Aufeinandertreffen bei WrestleMania eigentlich auch, nur, dass du halt eben ein bisschen mehr Plünder, Plünder im Ring gehabt hast und dann eben auch das Eingreifen von Ronda Rousey noch mal gehabt hast und solche Sachen, aber an sich hat hier keine von den Damen in irgendeiner Weise überzeugt. Die Einzige, die auch wirklich große Reaktionen gezogen hat, war ja Ronda Rousey, als sie da wirklich da auch in den Ring gekommen ist und so und, ähm, beziehungsweise als sie dann eingegriffen hat, da gab's ja auch laute Chants und auch wirklich einen lauten Pop, aber dieser Kampf hat niemanden interessiert, der Kampf war nicht gut, der Kampf war auch nicht sauber, äh, der DDT von Alexa sieht aus wie Sau, dieses ständige auf die Schulter klopfen, weil man ja nicht auf den Kopf schlagen darf, es wirkt auch albern, auch gerade wenn du sowas Weiches, in Anführungsstrichen, hast wie so einen blöden Mülleimerdeckel, ich find, da darf man auch ruhig mal auf den Kopf hauen, da ist ja auch keine Wucht hinter, also, ja, das sind ja auch so Schläge, wo ich sag jetzt, also ich mein, wir sind natürlich alles keine Profis und bla 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 und so nach dem Motto, mach's doch besser, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Schlag wehtut und da ist ja auch keine Wucht dahinter, also ich mein, es gibt ja auch Schläge, wo du sagst, okay, wow, da war grad Kasala, so richtig, aber, und das ist einfach nur so, ich streichele dich jetzt mal ein bisschen damit und das macht dann auch so den Sinn von einem Extreme Rules Match kaputt, wenn das einfach nur ist, ja, wir deuten jetzt ja diesen Schlag an, damit jemand sieht, ach, guck mal, die hauen auch mit Stühlen zu. Ja, deswegen, das wirkte alles nicht ganz rund, da war zu wenig Energie drin, auch dieser DDT auf die Stühle, die es dann im Endeffekt gegeben hat, so sorry, da war keine Wucht, da war keine Energie hinter, außerdem, dass dann immer eine Naya Jax auf den Knien sitzen muss und dann eine Alexa diesen DDT gegen eine kniende Naya zeigen muss, mein Gott, die Alexa ist klein, aber so klein nur auch wieder nicht, also, ich weiß nicht, ich finde, das war überhaupt nichts und das war nicht schön, einzige positive Side Note, hier ist wirklich dann die Reaktion auf Ronda Rousey und das war es dann eben auch, ansonsten konnte man das getrost vergessen und das reiht sich nahtlos ein in das schlechte WrestleMania Match, was die beiden gehabt haben. Ja. So, weiter geht's mit dem Match um die WWE Championship, Warst du eigentlich überrascht, dass jetzt dann doch das Iron Man Match Ich war sehr überrascht, ich war unfassbar überrascht, weil ich das wirklich nicht mehr gedacht hätte, dass die wirklich den IC Belt ins Main Event packen. Was ich, also, was ich grundlegend erstmal, ich finde die Idee sehr, sehr geil, dass der IC Belt so ein Positioning bekommt, auf der anderen Seite ist es aber komisch, dass der WWE Titel das nicht bekommt. Also, so irgendwie, auch wieder Licht und Schatten. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, die beiden Positionen, die du ja genannt hast. Das ist eben genau das, eigentlich sind das eben zwei vernachlässigte Titel, der eine aufgrund seiner, ja, natürlichen Bedeutung der WWE Championship, der sollte eigentlich ja nun mal auch mal irgendwann mal im Main Event stehen und dann eben der andere Gürtel, der aufgrund der Leistung, die die Titelträger zuletzt gebracht haben, eigentlich auch mal verdient gehabt hätte, im Main Event zu stehen. Und immer kam irgendwas anderes dazwischen, im Zweifelsfall Roman Reigns oder Brock Lesnar oder beide. Also, ja, aber ich muss sagen, ich hab mich dann doch auf diesen Kampf gefreut, also, weil ich hab das gemerkt, dass irgendwie da, das war so ein Match, da war ein bisschen, da war Seele und Stimmung in der Halle, oder? Da hat man gemerkt, da die Leute sind heiß drauf und auch Styles und Rusev und Rusev wieder geil angekündigt von Aiden English, also sorry. Der ist einfach heftig, der Typ, also, der schüttelt das aber auch, glaube ich, so aus dem Ärmel. Also, ich find das mega cool. Ich find das Hammer, ich find's schön, dass die da so ein, was die da für eine Paarung gefunden haben, weil ich das echt nicht gedacht hätte, dass ich mal sage, ich freu mich, einen Aiden English zu sehen. Ja. Und auch, wie Rusev der over ist, ich hoffe, das bleibt so, wer weiß, ob das so bleibt, wenn man das Match jetzt gesehen hat, wär natürlich blöd. Aber, also, ich mag die Paarung der beiden sehr, also, die Paarung von Aiden und Rusev. Ich find das ein super Team, ich find, die ergänzen sich ganz geil, weil halt auch ein Aiden so ein bisschen das, in Anführungsstrichen, Reden übernehmen kann. Und, also, wie gesagt, auch für die Stimmung ist das super. Rusev der war natürlich super over, wurde gechantet bis zum Gehtnichtmehr, auch ein AJ, klar over, also, Stimme, dieser Grundton, du hast gemerkt, okay, das kann hier eigentlich nicht schlecht werden. Ja, genau. Also, du hast auch gemerkt, dass sich die beiden da was vorgenommen haben und man hat gemerkt, dass die Zuschauer in der Halle dann auch im Gegensatz zum Main Event, kommen wir gleich darauf zu sprechen, wie ich da abgekotzt hab, dass die Leute waren dabei und die wollten hier, von diesem Kampf wollten die Leute gefangen nehmen, gefangen genommen werden, so rum, und du hast gemerkt, dass die Leute sich darauf gefreut haben. Und das war auch, das war für mich der beste Kampf des Abends, das hat, das hat eine konsequente Geschichte erzählt, du hattest diese übliche Dynamik zwischen einem kleinen Mann, einem großen Mann, du hattest diese Sache mit dem Bein von Rusev und zugleich auch mit dem Rücken von dem AJ Styles, diese Energie, die auch Rusev mitgebracht hat, da natürlich noch gewürzt, durch die Eingriffe eines Aiden English. Mich hat dieser Kampf wirklich abgeruht und da hab ich das erste Mal gesagt, so, das war ein starkes Ding. Wie war das bei dir? Ja, seh ich genauso, also, das war auch ein gutes Rusev-Match, was wir jetzt ja auch irgendwie schon lange nicht mehr hatten, wo du sagst, ach, daran erinnere ich mich mehr gerne zurück. Das hat da Spaß gemacht, das war schlüssig. Auch die Art, wie den AJ Styles gekämpft hat, also dieses, ich nehme dem Gegner seine stärkste Waffe irgendwie weg, ich nehme dem Gegner die Möglichkeit weg, seinen Finisher einzusetzen, das war echt gut. Ich mein, AJ, also, der macht halt im Schlaf gute Matches, das war jetzt natürlich nichts Überragendes, wo du sagst, oh, geil, darüber denke ich noch in 10 Jahren nach oder sowas, aber es war mehr als solide, es hat Spaß gemacht. Ich sehe halt einen AJ gerne, ich finde es schön, dass ein Rusev seine Chance bekommen hat. Ich habe natürlich jetzt auch so ein bisschen die Angst, dass das jetzt auch das höchste der Gefühle für Rusev war und dass er jetzt wieder so ein bisschen die Karte runterpurzelt. Wir werden sehen. Aber so, wenn du jetzt einfach so das Match nimmst, für sich allein gestellt, super unterhaltsam. Ja, ich mochte auch gerade diese Szene, wo dann wirklich Rusev quasi soweit war, um AJ Styles ein Accolade zu nehmen und wo er es dann probiert hat und er dann eben gemerkt hat, ah nein, mein Knie oder mein Bein ist zu hart bearbeitet worden nach dem Cav Crusher und nach den ganzen Kicks und so und er kann es nicht mehr halten und das hat dann eben letztlich dafür gesorgt, dass AJ Styles die Aktion dann eben auch wieder aufbrechen kann und dass er nicht aufgeben musste. Also, wenn ich eine Sache bemängeln müsste in diesem Kampf, dann war es das Finish mit diesem Turnbuckle Pad, was da abgenommen worden ist, weil AJ Styles einfach da, das muss man euch mal zugestehen, eine Sekunde die Übersicht verloren. Allein in der falschen Ringecke war er erst, ne? Genau, er ist erst in die falsche Ringecke gelaufen und ist dann quasi so in der Bewegung einmal rübergerannt. Das wirkte natürlich dann schon ein bisschen merkwürdig. Aber das ist das Einzige, was ich kritisieren möchte. Aber das sah noch so aus, dass du sagst, okay, das macht irgendwie Sinn. Also, ich finde, er hat das so verkauft, dass du ihm nicht angemerkt hast, dass er gerade in die falsche Ecke gelaufen ist. Das stimmt, ja. Weil, also klar, du weißt, okay, klar, die müssen jetzt dahin für den Spot, aber das war jetzt nicht so, dass ein AJ geguckt hat, oh, warte mal, hier bin ich ja falsch, ich gehe mal kurz wieder weiter. Das war dann noch gut versteckt. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Ich sage auch nur eine kleine Kritik. Ansonsten fand ich diesen Kampf wirklich sehr gut. Also, nicht auf aller, allerhöchstem Shawn Michaels Undertaker Niveau oder sonst irgendwas, aber schon für das, was es war. Und da will ich jetzt auch gar nicht Rusev zu nahe treten, aber Rusev ist jetzt auch kein Wrestler, der die ganz, ganz großen Matches abliefert. Sonst, das ist ein guter Big Man und so, aber ist jetzt keiner, der die Klassiker abliefert. Und das hier hat eben funktioniert, eben auch, weil diese Dynamik zwischen den beiden Figuren gut funktioniert hat. Spannendes Match, gut aufgebautes Match mit einer Clan-Geschichte. Hat mir Spaß gemacht und war für mich das Match des Abends. So, das war überraschend, weil ich habe eigentlich gedacht, dass es der nächste Kampf hätte werden sollen. Das Ironman-Match um die WWE IC Championship zwischen dem Champion Dolph Ziggler, begleitet von Drew McIntyre, gegen den Herausforderer Seth Rollins. Und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass die beiden hier oder die drei hier die Hütte abreißen. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Also, wie, bevor ich jetzt hier anfange loszupoltern, wie hast du hier den Kampf gesehen? Die drei haben die Hütte einfach abgerissen. Aber, so, tut mir jetzt leid wirklich, aber in der Crowd waren einfach nur Hurensöhne. Also, was war das für eine dumme Scheiße? Ich fand das Match richtig, richtig geil. Ich fand, das war eines der besten Ironman-Matches, die ich gesehen habe. Das war schön mit diesem Oh, 2-0 und dann dieser smarten Move mit dem DQ und dann kriegt er noch Hans-Rollins das 3-0. Auch wenn ich irgendwie gedacht hätte, okay, der greift den Eimer an, dann gibt es einen Punkt, dann greift er noch mal und dann gibt es einen vierten Punkt, aber hey, meine Güte, okay, so be it. Aber, das war super geil, das Match. Und ich muss auch sagen, das Gute war auch erst, dass wir das halt meinem Kollegen über den Fernseher geguckt haben. Und wenn du das über den Fernseher guckst, ist das nochmal anders, finde ich, weil ich gucke normalerweise immer über Kopfhörer und dann hörst du die Crowd besser. Dadurch, dass wir aber über den Fernseher geguckt haben, habe ich diesen Count von denen erst nicht wahrgenommen. Ich muss auch wirklich sagen, so bei den ersten zwei Mal, okay, war lustig, so klar kann man machen, warum nicht, okay. Aber danach, also die haben das ja nur noch gemacht. So, du hast einfach gemerkt, dass es auch irgendwann Rollins und Ziggler nur abgefuckt hat. Ich dachte so, okay, wir haben hier ein Match, ne. So, diese ganzen Wichser, sagen immer, oh ja, wir haben hier nur Bobby Lashley und Roman Reigns im Main Event, oh voll scheiße. Und dann kriegen wir diesen geilen IC-Belt, diesen Workhorse-Title ins Main Event gepackt. 30 Minuten Iron Man Match zwischen Ziggler und Rollins, was einfach Wrestling par excellence, par excellence, alter, weil es einfach Wrestling par excellence ist, dankeschön. Aber, diese Leute, die da im Publikum sitzen und sagen so, oh klar, hör mal, ich habe ein gutes Match, mache einfach einen Countdown, weil ich einfach scheiße bin, weil ich in meinem Leben nichts habe, so, warum, warum hijack ich denn, ich nenne es mal hijacken, warum hijack ich denn eine Show oder ein Match bei so einem Match, wo alle sich, also wo du dich einfach freuen solltest, dass du nicht wieder Bobby Lashley Roman Reigns bekommst, weißt du, so, weil du dann nicht mal in dein scheiß Internet schreiben kannst, oh das war ja mal wieder nix, wiff eh, schon wieder Roman Reigns im Main Event, nein, du kriegst das geilste Ding, weißt du, komplett Workhouse, mit, auch mit, mit einem geilen Ablauf, wo du sagst, okay krass, 1-0, bumms, 2-0, was dir auch einfach Sinn gemacht hat und dann machst du nur so einen Wix-Countdown, also, scheiße ist das. Ja, also die Zuschauerreaktionen waren hier wirklich unter aller Sau, also dieses Mitzählen und Runterzählen jeder Minute, so gefühlt zumindest, inklusive dem wie beim Royal Rumble, ich verstehe nicht, was die Leute da bewegt hat, ich kann es absolut nicht nachvollziehen und auch, dass dann, WWE hat ja dann wohl die Uhr weggenommen, drei Viertel der Strecke die Uhr weggenommen, aber, sorry, also ich meine, wie, wie sehr kannst du denn dein eigenes Geld, was du in ein Ticket investiert hast, noch in Sand setzen, anstatt dass du dich auf einen Kampf einlässt, lieber irgendwie eine blöde Uhr runterzuzählen. Also das war ja nicht mal ein Scheiß-Match, das ist ja nicht so, dass du sagst, okay, wir haben jetzt irgendwie wieder Roman Reigns gegen Samoa Joe, worauf die Leute einfach keinen Bock hatten, weil es dann irgendwie unverdient Main Event war, sondern du hattest wirklich, also ohne Spaß, wäre das hier die Crowd, wäre das wirklich Anwärter für mich persönlich auf dem Match des Jahres, weil ich hatte da richtig Bock drauf, ich fand das super gelöst, auch die Sache mit dem Drew McIntyre und sowas, das war einfach stark, auch mit Curbslam und sowas, das hatte so viel Abwechslung und auch mal Folter, wo du sagst, okay, der kommt da eh raus und dann geht der voll doch durch und dann wie auch ein Siegler bumms, bumms, bumms aufholt, das war ja einfach schlau, das war gut gebuckt und dann machst du es kaputt und fuckst die Leute ab, die im Ring sind, also weil du einfach, weil du nur so einfach im Kopf bist, dass du nur diesen Countdown hinbekommst, dann scheint doch Burn It Down, scheint doch irgendwas anderes, wenn es darum geht, irgendwie Lautstärke zu machen, aber doch nicht so eine Scheiße, mich hat das so unfassbar aufgeregt und ich weiß auch schon, dass ich das gleich, wenn ich jetzt nochmal mit Kopfhörern gucke, mich noch mehr darüber aufregen werde, also weil, dann wird einmal auf die Fans gehört, die immer sagen, wir wollen nicht immer das gleiche Main Event, wir wollen mal irgendwie Leute, die es verdient haben, im Main Event zu stehen und dann hast du wirklich Dolph Ziggler und Seth Rollins, also, dann sag mir doch mal bitte, was jetzt der WWE sagt, klar, wir hören am besten häufiger auf die Fans, hat sich ja super gelohnt, also, das fuckt mich so unfassbar ab. Ich kann das vollkommen, vollkommen nachvollziehen, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich den Kampf an sich nicht gut fand, also, der war nicht schlecht, aber der war auch nicht so gut, wie er hätte sein können. Ja, aber ich glaube, das lag aber auch daran, hast du irgendwann gemerkt, also, du hast wirklich irgendwann gemerkt, okay, die beiden sind gerade krass genervt. Nee, das weiß ich nicht, aber mein Problem war, dass, ich finde, dass dieser Kampf eine ganz harte Mittelfase gehabt hat, wo das irgendwie nicht gepasst hat zwischen den beiden. Ich fand, die letzten zehn Minuten fand ich gut, die zehn Minuten, also die zwanzigste bis zehnte Minute fand ich ziemlich grauenhaft und dann den Anfang fand ich okay, aber das war für mich kein gut gelöstes Ironman-Match. Ich fand auch die Anzahl der Falls viel zu viel, muss ich auch dazu sagen. Ich finde, neun Falls in 30 Minuten ist für meine Begriffe einfach ein bisschen zu viel. Ich fand, das war dadurch ein bisschen überladen, einfach, und man hat da eben versucht, so auf Teufel komm raus, etwas Besonderes rauszumachen, auch diese Geschichte mit Drew McIntyre, das hat für mich auch so in Maßen funktioniert, aber letztlich hat dieser Kampf nicht so geklickt für mich, wie ich mir das erwartet hätte. Also, es ist immer eine große Herausforderung, so ein halbstündiges Match zusammenzustellen, aber im Endeffekt hattest du, war die ersten zehn Minuten geprägt durch drei Falls, beziehungsweise erst mal durch zwei Falls gegen Dolph Ziggler, was schon mal relativ viel ist innerhalb von sieben Minuten, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Dann der Eingriff, den fand ich wiederum okay. Ich finde, das kann man so machen, auch allein um Drew McIntyre als diese große Bedrohung dazustehen. Und dann hast du eben diese drei Falls für Dolph Ziggler, die ja dann relativ schnell aufeinanderfolgend kamen und die waren ja auch dann relativ, sagen wir mal, ja, telegrafiert, um mit diesen schönen alten Begriffen mal zu verwenden. Und dazwischen, zwischen der heißen Schlussphase und diesem 3 zu 3 oder 4 zu 3, da war für mich, da fehlte ein bisschen was. Da fehlte irgendwas, was das richtig zusammengehalten hat und was diese Spannung aufrechterhalten kann. Und letztlich war es dann nur so, dass du wirklich dann ab dieser 27. Minute, wo es dann auf den Schlusssprint zukam, da war für mich der Punkt, da wo ich sag, jetzt ist es richtig geil und jetzt ist es spannend, aber auch dann nicht so 100 Prozent, weil dann eben diese Aktion gekommen ist, dass quasi Dolph Ziggler in der letzten Minute ja eigentlich am Drücker gewesen ist, klar, da nochmal den Blackout kassiert hat, aber trotzdem, ach ich weiß nicht, irgendwas hat da für mich nicht innerhalb des Matchgefüges gepasst und dadurch in Kombination wahrscheinlich auch mit dieser Zuschauerreaktion war das für mich ein Kampf, der war in Ordnung, aber das wird kein Kampf sein, das sag ich dir ganz ehrlich, den ich mir nochmal anschaue und ich sag's dir auch ganz ehrlich, das ist kein Standout Ironman-Match in keiner Art und Weise, das war ein solides Match, aber es war kein herausragendes Ironman-Match in irgendeiner Art und Weise. Ja, also was ich jetzt, also das, was du kritisiert hast, ist das, was ich daran so gut fand, dass es eben doch mehrere Falls gab, weil das, das hat halt so ein bisschen diesen Überraschungsfaktor gezeigt, ich mein, wie viele Ironman-Matches hatten wir, wo dann so gesagt ist, okay, du hast jetzt eben dieses Entscheidung in den letzten 10 Sekunden und davor hast du eigentlich 30 Minuten lang, wir machen jetzt mal ein bisschen irgendwas und dann machst du mal einen Move, dann mach ich mal einen Move und hier hattest du eben schon dieses, da ist halt auch, da ist schon in dem Match was passiert und das ist ein Problem, was ich bei Ironman-Matches habe, wo ich mir so denke, okay, warum gucke ich die ersten 25 Minuten, weil da passiert ja eh nichts. Ja, aber die Geschichte bestand doch eigentlich hier nur daraus, dass du diesen Eingriff hast, das ist doch das Einzige, ansonsten haben die keine Geschichte innerhalb dieses Ironman-Matches erzählt und eigentlich ist es gerade diese Länge des Ironman-Matches, das du gemacht hast, dass du innerhalb dieses Matchgefüges noch zusätzlich Untergeschichten erzählst und eigentlich die gesamte Geschichte hier basierte auf Drew McIntyre. Ja, geht also gerade so, was den Anfang anging, da fand ich halt jetzt, dass wir mit diesem wirklichen Wrestling, also diesem Ring sehr schön eingebunden, weil du ja auch so Ringanfänge hattest, also weiß ich nicht, ich fand das wirklich unfassbar stark, das Match und ja, also für mich lag es Under Crowd, das hat das dann für mich kaputt gemacht. Ich meine, ich kann das verstehen, klar, du hattest dann wirklich so, gerade in dieser 10 bis 20, hattest du viele Rest-Holes und hier und da und sowas. Ja, kann ich nachvollziehen. Das kann ich übrigens noch, das kann ich übrigens nachvollziehen, das kann ich so innerhalb der Geschichte noch nachvollziehen, dass dann ein Dolph Ziggler sozusagen auf Zeit spielt. Ja, ich hab auch so gedacht, jetzt ist einfach so WM, jetzt 18. Minute, jetzt einfach nur 18 Minuten Rest-Hold, dann ist es vorbei. Ja, nee, das konnte ich auch nachvollziehen, aber trotzdem, es fehlte mir irgendwas innerhalb dieses Matches, also irgendwie da, da fehlte mir irgendwie ein gewisser Zusammenhang und der Zusammenhang wurde letztlich immer nur durch Drew McIntyre hergestellt und diese Dramatik wurde nur durch Drew McIntyre hergestellt. Das fand ich ein bisschen merkwürdig und ich fand's dann auch merkwürdig, als dann ja Kurt Angle reingekommen ist, als das Match dann eben 4-4 ausgegangen ist, kommt Kurt Angle rein, sagt, so, der Kampf geht jetzt nochmal weiter und plötzlich greift Drew McIntyre wieder ein, was mich auch nervt, weil das degradiert diesen Kampf letztlich auch dahingehend, dass es eigentlich nur eine Weiterführung für irgendwas ist. Weil letztlich bedeutet das ja, dass jetzt dann Seth Rollins sagen kann, hör mal, ich bin ja der gute Junge, ich bin ja betrogen worden und ich will einen Rematch und dann kommt Drew McIntyre in den Shark Cage oder so. Was aber auch heißen kann, was ich stark glaube, dass es irgendwann dazu führt, dass ein Drew McIntyre sagt zu Ziggler, ey Kollege, pass mal auf, du gewinnst eigentlich nur durch mich. Also, warum bin ich nicht Champion? Warum bist du Champion? Und warum ist... Das ist natürlich dann der nächste Schritt. Und warum ist Dolph Ziggler so unfassbar orange? Das ist noch eine Frage, die ich mir stelle. Der ist hier zum Spray-Tanen gegangen. Ja, aber heftig. Ja, und dafür hat auch Evil hinten auf dem Po stehen, übrigens. Einfach so ein weißer Kopf oder ein weißer Körper. Mich hat dieser, das haben ja Amerikaner durchaus mal so an sich, das macht der Präsident ja vor. Mich hat der Kampf hier nicht 100% abgeholt. Also, das lag sicher auch am Publikum, aber auch so, ich finde, da haben wir bedeutend bessere IC-Title-Matches gesehen, die vielleicht dann nicht an die halbe Stunde gegangen sind, aber dann doch an die 20 Minuten oder so. Also, weiß ich nicht, für mich war das hier zu viel Overbooking und zu viel Geschichte und zu wenig Fokus auf das, was im Ring passiert. Und natürlich dann auch noch ziemlich beschissene Fans. Das stimmt. Aber vielleicht war es bei mir auch so ein bisschen trotz, dass ich gesagt habe, okay, ich will es jetzt besser finden, als es ist, weil ich die Crowd so hasse. Also, kann ja auch sein, dass man einfach so trotz ist, ich finde es jetzt aber trotzdem besser. Kann sein, dass ich es nachher, wenn ich es dann nochmal sehe und dann weiß, was mich erwartet, dass ich das dann nochmal unter ganz anderen Gesichtspunkten schaue, vor das Match und sage, okay, vielleicht war es doch nicht so gut, wie ich gedacht habe und also gut war es ja auf jeden Fall oder vielleicht war es doch nicht so heftig, wie ich es gelobt habe, aber ja, ich bin gespannt und ich hasse heute Pittsburgh. Ja, das war echt furchtbar und ich habe selten erlebt, dass, wie du gesagt hast, das war eigentlich ein Kampf, wo wir alle gesagt haben oder wo gerade die Wrestling-Fans gesagt haben, so, ja, wir wollen endlich mal IC-Teile sehen, wir wollen die, wie du es gesagt hast, die Workhorses mal im Main-Event sehen und dann haben wir das und die Leute boykottieren das Ding komplett. Ich verstehe es, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann auch solche Zuschauerreaktionen im Allgemeinen nicht nachvollziehen. Ich habe mich ja auch schon über die Raw-After-Mania-Crowd schon diverse Male ausgekotzt und ich fand das grauenhaft und das war auch, das wäre fast für mich ein Grund gewesen, den Main-Event auszuschalten, weil das so nervig war. Ich fand es genau einmal lustig. Einmal fand ich das lustig und dann ist es auch gut. Ja, und das war so, ah, okay, cool und dann ist es aber auch in Ordnung, aber nee, wir machen es einfach 30 Mal. Cool, danke. Ja, und damit machst du einfach auch den Leuten den kompletten Event kaputt. Also, sowas macht man einfach nicht. Naja, wie dem auch sei, ich schlussfolge ich daraus richtig, dass du den Main-Event als bestes Match des Abends hervorheben möchtest. Ja. Guck dir einfach auf stumm, so lass nebenbei Musik laufen oder so. Ja, also für mich war es dann tatsächlich AJ Styles gegen Rusev, was mir da am besten gefallen hat. Wie würde hier dein Fazit lauten zu Extreme Rules? Oh, das ist schwierig. Also, weil genau kurz bevor wir aufgenommen haben, hat mir der Tobi noch geschrieben, lohnt sich das zu gucken und ich weiß auch, dass David das geschrieben hat, von da würde mich auch nicht mehr interessieren, was du David geschrieben hast, weil ich habe Tobi geschrieben, ganz ehrlich, guck Shinsuke gegen Jafadi, guck noch Kevin Owens gegen Braun Strowman, AJ gegen Rusev und Sigla gegen Seth und den Rest kannst du eigentlich weglassen. Ja, meine Antwort ging in eine ähnliche Richtung. Ich habe nicht gesagt, guck Shinsuke gegen Jafadi, sondern ich habe halt gesagt, für die sechs Sekunden. Ja, genau, also das war eben auch auch da wieder, das habe ich glaube ich auch schon in der Preview gesagt, ich finde, dass weniger ist mehr, dieser Event wäre besser gewesen, wenn er weniger Matches gehabt hätte. da waren viele Sachen drauf, die hätte ich auch in einer normalen Raw-Ausgabe gut gefunden hätte. Ich fand den jetzt nicht so katastrophal schlecht, das war jetzt kein Backlash oder so, aber das war auch jetzt kein Event, den ich jetzt jemandem empfehlen würde, wenn er zum ersten Mal Wrestling schauen würde. Also wie gesagt, ich fand Rusev gegen AJ, fand ich cool, ich fand, dass man mit Kevin Owens gegen Braun einiges richtig gemacht hat und dann ein paar Sachen, die noch unterhaltsam waren. Aber da war jetzt nicht so viel dabei, dass ich hier eine absolute Empfehlung aussprechen würde. Für mich war das, naja, solider Durchschnitt, wahrscheinlich schon ein bisschen zu nett. Ich sage mal, Durchschnitt, Durchschnitt, ein bisschen, also manchmal auch unterer Durchschnitt. Also da, gerade die Damen-Matches, das fand ich katastrophal beide und ich finde es schade, dass man aus der Damen-Division da nicht mehr rausholt. Andererseits waren dann auch wiederum wie gesagt, AJ Rusev fand ich gut. Also ich sage mal, Durchschnitt, Durchschnitt war es für mich. Ja, ich finde aber, Durchschnitt, Durchschnitt fasst wirklich sehr gut zusammen. Deswegen gibt es auch von mir auf unserer Bananenskala von 1 bis 8 Bananen, gebe ich dem auch eine 4,5 oder eine 4,3 Viertel. Einfach nur noch mehr teilen. Ich würde schon sagen, eine gute 5, eine gute 5 von 8. Ich weiß nicht mehr, was ich Backlash gegeben habe. Ich hoffe, ich habe Backlash irgendwie eine 3 gegeben oder sonst irgendwas. Also das war es auf jeden Fall besser. Das kann man sich angucken, aber da war eben auch viel Leerlauf einfach drin. Das muss man einfach so sagen. Das war nicht, man muss, also auch da wieder, das muss keine 5-Stunden-Show sein, was die da gezeigt haben. Das ist einfach zu viel und dadurch bist du dann auch irgendwann einfach so, ne? Und dafür war das alles nicht kompakt genug und nicht knackig genug. Und klar war da viel, war da auch hier und da Geschichte und so drin, aber irgendwie fehlt mir dann auch so der Payoff im Ring. Und ich habe gehofft, dass das durch das Iron-Man-Match kommt. Der kam aber nicht und dadurch bin ich wahrscheinlich dann auch wieder so ein bisschen enttäuschter aus dem Event rausgegangen, als ich das vielleicht bei AJ gegen Rusev gewesen wäre, wo ich dann gesagt habe, oh, der war eigentlich ganz geil. Aber dadurch, dass bei mir der Main-Event dann auch nicht gezündet hat so richtig, ist es schwierig. Deswegen war das für mich Durchschnitt, Durchschnitt bis unterer Durchschnitt. Schwierige Geschichte auf jeden Fall. Ja, Kai, du kannst ja dann auch mal berichten, wie die Reaktionen dann beim zweiten Mal schauen waren. Ich werde mir das nicht noch mal anschauen. Ich werde zum New Japan G1 Climax überwechseln heute Abend und werde mir da ein bisschen was reinziehen, um da auch ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Aber ich bin gespannt, was du dann beim zweiten Mal anschauen sagst und ob du dann noch immer die armen Zuschauer mit diversen Schimpfworten bedenkt. Ich hasse einfach Pittsburgh. Ich hasse einfach Pittsburgh. Also wirklich. Und ich glaube auch, wirklich nicht, dass jetzt jemand sagt so, oh, da hat der Kalber Schimpf oder gesagt, weil ich glaube, die Leute fühlen das. Ich glaube, die Leute fühlen das. Und ich weiß auch, dass du das auch fühlst, nur du würdest das netter sagen. Das ist richtig. Ich fand es halt auch total kacke. Und jeder Wrestling-Fan mit ein bisschen Liebe fürs Wrestling wird das genauso sehen, glaube ich. Ich hoffe, die Steelers verlieren alles. Naja, wie dem auch sei. Wir sind durch mit der Review zu WWE Extreme Rules. Liebe Leute da draußen, wenn ihr uns mögt, wenn ihr das hier gerne hört, was wir machen, schaut gerne auf Patreon oder auf Steady vorbei. Die entsprechenden Links dazu findet ihr auf headlock.de. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die an fragen.headlock.de oder per Facebook, per Twitter, per Instagram natürlich auch oder per, was haben wir noch? Was habe ich vergessen? YouTube. Twitter das Video einfach. Genau. Und ja, lieber Kai, du bist ja beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, dann beim Zwei-Jahres-Fazit zum Roster-Split. Ich glaube, das wird auch nicht so mega positiv ausfallen, auch wenn der Shaggy dann auch dabei ist. Ich bin gespannt. Na, mal gucken. Wir haben immerhin den Miss. Das stimmt. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Schreibt uns gerne eure Meinung zu Extreme Rules. Ich habe da auch schon die ersten Beiträge zu gepostet. Und ansonsten hören wir uns dann zum Wochenende wieder. Dann ist ja auch WM frei. Das heißt, wir müssen nicht mehr so viel Fußball gucken, sondern können uns jetzt alle wieder voll und ganz auf Wrestling konzentrieren. Und damit sage ich, wir sind Headlock, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.